Hey, ist ein junger Pannewater erkannt? Eigentlich Ostfriese. Jetzt ist ja auch St. Pauli ein echter Boy in Brown. Er steht als Trainer am Spielfeld dran, aktiv, meist gut gelaunt und schenkt der Mannschaft immer das Vertrauen. Früher Abräumer im Mittelfeld, der hollen Hunde. Heute sorgt er für eine schlaue Strategie und läuft im Spiel mal nicht so gut. Sucht er schnell eine Lösung. Wir vertrauen ihm und hoffen auf den Sieg. Sein Team spielt den schönen Fußball, denn er spielt nach seinem Plan. Ja, das ist unser Schulle, was auch Timo Schulz genannt. Ich hab ihn schon so lieb gewonnen, wie ein Schnecke-Color. Seit Schule blicke ich positiv nach vorn. Rock on! Vorbei das Trainerkarussell, vorbei die Abschiegsangst. Doch am Ende ist das Spiel nun mal sein Spielen. Rock on! Seit ihm spielt den schönen Fußball, denn er spielt nach seinem Plan. Ja, das ist unser Schulle, sonst auch Timo Schulz genannt. Bei jeder Frage kompetent, dabei ist er immer sympathisch. Da frag ich mich, wie kriegt der das bloß hin? Ja, bei Sky fragt man viel durches Zeug. Damit meine ich nicht den Tische. Doch nach dem Spiel zeigt Schule viel Frohsinn. Ja, sein Team spielt den schönen Fußball, denn er spielt nach seinem Plan. Er stellt sich vor die Mannschaft, bedacht und gut gelaunt. Und hoffentlich bleibt er für immer hier am Villertor. Ja, das ist unser Schulle, keiner nennt ihn Timo Schulz. Anches!